Brosse, Brosse, 5, Rob LOL Theorie, jetzt wird gefeedet Botland steht, ja, jetzt schon 07 Wir fallen in die Viton ohne einzigen Teamfight Ich bin der Carry hier Aber jeder hier fiedet rein Welcome to Brosse, Brosse, 5, Rob Brosse, Brosse, 5 Brosse, Brosse, 5, Rob Brosse, Brosse, 5 Mein Top-Banner-Rise sagt immer noch Turret Fragen sie nach Watchday Komm, Mr. Barrett Opfer sind hungrig und locken dich mit Low-Life und Push raus Rippen sich ab Nachdem sie kommen aus Push raus Zwar sind killt auf der Mitte, aber bewegt sich nicht von Nord und Stelle Und jetzt los und gefeit Dragon ist weg, Ward den Baron Fickt euch das Late Game, der Mailfighter Durst Will uns alle umbringen, Skill ist, Kass ist, Ziel ist, Fail ist Fuck mir nicht ab, Rauch ist dich das Ulti Was ist denn der DC-Voränger und Nauti? Fick ihre Frontline, verpasst die One-Shot ohne eine einzige Auto Frag den Tags während das Team wartet, bis man Items kauft 12hundert Gold, weil sich keiner aus den Fauten traut Das ist für die Carries, für die Anti-Fieder Für die mit den Timo sind die Mutten-Fieder Warum kommt der Gang und wird wieder nichts verhindert? Weil der reingepusht seid und nicht mal verschworen ist Was zur Frage behindert? Die LP kratzen an den Nullstellen Ich bin hier im Yadak Wie komm ich aus Hiloel? Kiddies auf der Jagd nach Buffstoffen im Gegnern-Jungel rum Hätten sie nur gewusst, dass sie umkommen, nachdem sie so Racker verfolgen Zippert am Rollen, der Orange steht einen in einem See aus Tränen Im gleichen Moment zieht einer der Lappe, macht dem Nichts heraus, einen Tippy und tötet Direkt aus der Lane, da habt ihr was ihr wollt, ihr dummen Söhne Fickt auch meinen eigenen Turret, ich knall dir die Ulti direkt durch die Birne Das ist für die Carries, für die Anti-Fieder Für die mit den Timo sind die Mutten-Fieder Warum kommt der Gang und wird wieder nichts verhindert? Weil der reingepusht seid und nicht mal beschworen ist Was zur Frage behindert? Das ist für die Carries, für die Anti-Fieder Für die mit den Timo sind die Mutten-Fieder Warum kommt der Gang und wird wieder nichts verhindert? Weil der reingepusht seid und nicht mal beschworen ist Was zur Frage behindert? LOL-Theorie, jetzt wird gefiedet Portland steht, ja, jetzt schon 0-7 Hier feine Nibitoren ohne einzigen Teamfight Ich bin der Carry hier, aber jeder hier fiedet rein Welcome to Bronze, Bronze 5 Bronze, Bronze 5